Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, der Zinsentscheid ist durch. Gestern wurde um 0,25% angehoben, also 25 Basispunkte, so wie es die Mehrheit auch erwartet hat. Und dementsprechend hat der Dollar Schwäche gezeigt und die Märkte haben demnach auch gepumpt. Das wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Wir gehen auch allesamt die Märkte einmal durch, wo wir gegebenenfalls eine Korrektur erwarten könnten oder auch einsteigen könnten. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ja, machen wir den altbekannten Splitscreen hier einmal auf. Wir schauen uns erstmal die Dollar Schwäche an. Das sehen wir nämlich daran, dass auch Edelmetalle gepumpt haben und natürlich dann die Gegenwährung stärker performt haben. Wenn wir uns hier also einmal diese große rote Kerze hier ansehen, das ist natürlich der US-Dollar gegenüber den Schweizer Franken. Das sieht dann eigentlich überall gleich aus. Wir haben ja überall das gleiche Spiel gesehen. Dementsprechend haben natürlich dann auch Edelmetalle im Gegenzug gepumpt. Wenn der Dollar, der ist ja in dem Fall natürlich unsere Gegenwährung, Schwäche zeigt, dann pumpen natürlich auch die Märkte. Genauso Gold und Silber, also sehr, sehr gut performt. Apropos Gold und Silber. Ich habe zu Gran Valora auf jeden Fall nochmal ein Tutorial aufgenommen, wie man sich das Sachwertdepot einrichtet. Dazu habe ich dann auch nochmal einen neuen Rabattcode für euch. Das werde ich dann die Tage online stellen. Wer es nicht abwarten kann, der Rabattcode von 20% ist in dem Fall schon gültig. Link dazu in der Videobeschreibung. Wir wollen jetzt aber die Kryptomärkte durchgehen. Wir machen es wie üblich. Wir fangen mit dem Bitcoin an und dann gehen wir danach wieder alphabetisch durch. Und ja, wir haben hier in dem Fall den Ausbruch gesehen. Als solches ist da nicht viel Neues. Also Bitcoin hat sich grundsätzlich sehr, sehr schwer getan. Mit der 24.000 Dollar Marke liegt aber auch daran, dass hier einfach aus Trade-technischer Sicht, und das müssen wir logischerweise auch so betrachten, dass es erstmal hier ein bisschen überkauft ist. Viele warten in dem Fall auf Short-Positionen, wovon einige jetzt gestern liquidiert worden sind. Was aber in dem Fall auch relativ klar war, da, wie gesagt, nichts Unerwartetes bekommen ist. Weder vom Zinsentscheid selber noch von der Rede von Jerome Powell. Also von daher, ja, hat man da eigentlich einen guten Long-Trade eröffnen können. Bei Trusted Universe war das auch der Fall. Also das wurde auf jeden Fall erkannt und erfolgreich genutzt. 1,28% Profit gestern nochmal eingefahren. So kann der Monat gerne starten. Das sieht sehr, sehr geil aus. Sehr schöne Geschichte. Für den Bitcoin von der Chart-Analyse hat sich nicht nennenswert was geändert. Also hier das All-Time-High, wollte ich gerade sagen. Das High hier um Sackhaaresbreite überschritten. Also das heißt in dem Fall nicht großartig was. Kann immer noch gut sein, dass er hier die Bullen-Korrektur einführt. Und ja, für die Leute, die dann wieder sagen, hä, Bullen-Falle, das ist eine ganz normale Bullen-Korrektur, wäre das hier in dem Fall völlig legitim, dass er hier nochmal runterkommt und diese Bewegung macht. Kann natürlich auch sein, dass er straight durchzieht. Ich würde mir natürlich auch diese Bewegung wünschen. Erstens, weil ich natürlich generell sowieso auch nochmal nachkaufen möchte in diesem Monat. So oder so. Da werde ich auch noch ein eigenes Video darüber machen, welche Coins ich jetzt im Februar kaufen werde. Das hat sich nämlich auch zum Vormonat auf jeden Fall geändert. Grundsätzlich hat er natürlich aber auch die Möglichkeit, straight durchzuziehen bis 25.000 oder gar 30.000. Das lässt sich auf jeden Fall zeigen. Es sieht generell auf jeden Fall natürlich wieder gut aus für die Märkte. Ja, soviel zum Bitcoin. Eigentlich nicht großartig viel Neues. Also aus trade-technischer Sicht mache ich in dem Fall nichts. Ich werde erst recht nicht kaufen jetzt hier den Markt. Also eine Long-Position eröffnen. Und genauso kann man hier einfach nicht viel sagen, dass man da eine Short-Position eröffnen sollte. Unter anderem doch, weil Jim Cramer nämlich gesagt hat, dass jetzt der Bullenmarkt eröffnet ist und es Zeit ist, den Dip zu kaufen. Das ist schon eigentlich immer ein ziemlich deutliches Sell-Signal. Von daher, Shorts könnten definitiv trotzdem interessant werden. Also wer immer das Gegenteil von Jim Cramer und Peter Schiff macht, der fährt eigentlich ziemlich gut. Also das ist mittlerweile das neue Urprinzip der Börse, was weit über dem Blash-Prinzip bei Low and Sell High steht. Muss jeder in dem Sinne selbst wissen. Ich halte da aber die Füße still. Machen wir aber alphabetisch weiter hier mit ADA. ADA. Ja, ADA sieht natürlich dann sehr, sehr gut aus. Ist dasselbe Szenario. Eigentlich kein Problem muss hier die Aufwärtsbewegung korrigieren. Wäre absolut nichts Schlimmes, nichts Verwerfliches oder so. Aber ja, interessant wäre es auf jeden Fall, wenn er dieses Hai hier nochmal bricht. Das wäre auf jeden Fall das, was ich mir eigentlich wünschen würde, dass er erstmal hier das Hai nochmal bricht mit einem guten Stück und dann runterkommt, die Bullenkorrektur einleitet und von hier aus dann weiterzieht. Das wäre so mein Wunsch-Szenario für ADA. Also auch hier Trade-Technisch für mich aktuell uninteressant. Und ich bin niemand, der mitten in den Trend einsteigt und auch keiner, der ohne Struktur irgendwie da eine Short-Position eröffnet. Wozu? Da ist nichts. Da kann alles passieren aktuell. Algo macht das auch sehr gut. Ähnliche Bewegungen wie ADA. Exakt gleiches Prinzip. Brauchen wir nicht viel zu sagen. ApeCoin hingegen hat das perfekt gemacht. Also hat hier Pip genau, Pip genau am besagten Ziellevel erstmal bärisch reagiert. Er hat jetzt natürlich logischerweise wegen der Dollar-Schwäche auch da schon die Kehrtwende eingeleitet. Hier wäre ein Short interessant gewesen. Ich habe allerdings geträumt. Habe nichts gemacht. In dem Sinne kann also immer noch erfolgen. Er kann natürlich das Hai hier auch ein bisschen brechen, dass er genau diese Bewegung hier nochmal einführt. Also hier ruhig ein Stückchen höher kommt und dann die Korrektur einleitet. Und dementsprechend, der ist für mich tradetechnisch interessant. Setze ich mir auf jeden Fall mal mit auf die Watchlist. Dann haben auch noch viele gefragt, wo ich eigentlich trade. Letztendlich mein Trading als solches mache ich ganz normal über den Broker Thunder Markets. Auch dort kann man ganz normal Kryptos handeln. Natürlich nicht alle, aber Bitcoin, Ethereum, XRP oder so, das funktioniert. Ansonsten alles, was nicht geht, mache ich ganz normal über Binance. Und irgendwelche Coins, die nicht bei Binance gelistet sind, die trade ich halt nicht. In dem Sinne. Also ich zocke da nicht auf 10 verschiedenen Börsen rum. Gut, AVEX, ähnliches Spiel. Sehr, sehr schön. Bullish natürlich reagiert, das vorherige Hai gebrochen. Aber auch trade-technisch erstmal uninteressant. Kann sein, dass er die Bewegung erstmal vernünftig korrigiert. Aber da ist auch keine Struktur vorhanden. Heißt, mache ich auch nichts. BNB hat endlich final den Ausbruch da mal bestätigt. Ist natürlich die Frage, schlägt er jetzt das Hai hier. Aber von dem Punkt aus hat er es perfekt gemacht. Das, was ich mir eigentlich allen Coins gewünscht habe. Einmal so ein finales Low definieren. Und zack, dann weiter steigen. Und das auch noch aus dem bullischen Korrektur-Level. Also er hätte für BNB wirklich nicht besser laufen können. Ja, Crow verläuft ein bisschen anders. Der hat das grundsätzlich genauso gemacht, wie ich es mir eigentlich bei vielen Coins erhofft habe. Die Bewegung, dann die Bullen-Korrektur eingeleitet, dann weiterziehen. Hat das Level hier nicht ganz respektiert. Ich glaube, das ist ein bisschen klein. So, jetzt sieht man es besser. Hat das leider nicht ganz angelaufen. Das wäre hier interessant für eine Long-Position gewesen. Hat jetzt hier bisher das Hai noch nicht gebrochen. Ist aber auf einem guten Weg dahin. Kann gut sein, dass er es auch heute noch macht in dem Sinne. Also müssen wir in dem Fall beobachten. Aber zum Traden jetzt auch erstmal uninteressant. Insofern er hier nicht vernünftig Struktur ausbaut oder den Bereich hier anläuft, dass man ihn kaufen könnte. Cake hat auch endlich final ausgebrochen. Hat natürlich aber auch ein bisschen mit Binance und BNB zu tun. Ja, weil natürlich da die Partnerschaft besteht. Und Pancakeswrap logischerweise die Decks für die Binance Smart Chain ist. Von daher, das wird sich meistens ähnlich verhalten. Wäre auf jeden Fall interessant. Also strukturtechnisch ist das ein Traum, wie das aussieht. Wäre interessant, wenn er das Hai jetzt tatsächlich brechen könnte. Dann könnte man definitiv ein neues Ziellevel definieren. Dass er hier in dem Fall, ja, dann so eine Bewegung hier macht. Und dann haben wir hier irgendwo da oben ein neues Ziellevel. Und da wäre dann auf jeden Fall für mich wieder eine Short-Position interessant. Deswegen habe ich auch Cake noch markiert. Dass wir den ein bisschen beobachten. Ja, Dogecoin juckt mich nicht. Der macht halt, was er will und was ein Elon Musk will, besser gesagt. Und ja, der muss erstmal hier wieder vernünftig hochkommen. So vielleicht das vorhandene Level hier nochmal reaktivieren und dann weiterziehen. Also das ist noch Gornix, was Dogecoin hier macht. Völlig uninteressant. Dort, weiß ich gar nicht, warum ich mir den markiert habe. Da ist eigentlich noch Gornix. Achso, weil ich den hier wahrscheinlich traden wollte. Aber den hat er nicht angelaufen, leider. Ja, hat das vorherige Hai gebrochen. Wird aber auch dann erst interessant, wenn er dieses Hai hier nochmal bricht. Dass er da vernünftig Struktur hat. Und ja, darf gerne dann so weiterziehen. Ethereum hat das auch sehr gut gemacht. Hat ja hier ganz gut überreagiert. Muss jetzt hier aber auch definitiv zeigen, dass die Bohlenkorrektur vernünftig war. Und dass er hier das Hai bricht. Ansonsten vorher auch völlig uninteressant. Aber ansonsten haben wir da dann das gleiche Szenario eigentlich wie bei Cake. In dem Fall, dass er hier so eine schöne Bewegung machen könnte. Dass wir dann hier ein neues Ziellevel irgendwo da in dem Bereich definieren könnten. Wo dann für mich wieder Shorts interessant werden. Können wir uns also auch einmal markieren. Phantom. Ich bin froh, dass ich hier diesen Trade schon break-even gezogen hatte. Also es war ja eigentlich in dem Sinne ein Top-Einstieg. Hier die Short-Position eröffnet. Bis hier ist er gekommen. Bis hier wäre mein Take-Profit gewesen. Ich hätte wirklich gedacht, dass er exakt diese Bewegung macht, die er gemacht hat. Nur, dass er hier halt vorher ein bisschen tiefer kommt. Dann hätte ich hier nämlich die Short-Position abgeschlossen. Und hier gleichzeitig mit der Long-Position wieder eröffnet. Und dann wahrscheinlich den Gewinn meines Lebens gefahren. Aber gut. Habe ich leider nicht. Hat nicht ganz geklappt. Immerhin keinen Verlust gemacht. Kann passieren. Aber Phantom auch einfach fast 400% Profit. Wahnsinn. Ne, 300%. Hier ex. Da habe ich trotzdem noch auf der Watchlist. Weil ich da eigentlich sicher bin, dass der... Der muss irgendwann mal eine vernünftige Struktur machen. Eine vernünftige Korrektur einleiten. Dass man ihn wieder traden kann. Joa. Aber GMT und Steppen halten sich in dem Sinne auch ganz gut. Mal schauen, wie das hier in dem Sinne weitergeht. Das wäre für mich weiterhin aktiv. Aber da lasse ich sowieso ein bisschen die Finger von, was das Trading angeht. Ja. GST, schön, dass er zurückkommt. Mal wieder ein paar Dollar mehr mit dem Laufen verdient. Aber ansonsten auch völlig uninteressant. Logischerweise. Jota macht wie immer Gornix verhältnismäßig. Und prozentual ist da auch noch Gornix zu sehen. Auch keine Struktur. Link leider auch nicht. Hat sich natürlich sehr gut gehalten im Vergleich zu vielen anderen Coins. Aber... Willst du ja machen. Das ist nix, ist das. Gornix ist das. Ja, Litecoin hat das sehr gut gemacht. Die 100 Dollar Marke jetzt geknackt. Scheint nicht, als hätte der Bock auf eine Korrektur aktuell. Und ja, da steht natürlich auch das Harbing vor der Tür. Das müsste August diesen Jahres sein. Also von daher glaube ich auch nicht, dass Litecoin da großartig korrigiert. Von daher, ja, müssen wir abwarten. Habe ich mir trotzdem auf die Watchlist gesetzt. Sofern der seine Korrektur einleitet, wäre auf jeden Fall interessant. Wieder für Long-Positionen für mich. Mainer. Ja, kommt hier auch nicht entscheidend runter. So wie ich es eigentlich erhofft hatte nach dem Pump. Hat in dem Fall hier natürlich das High gebrochen. Das ist sehr, sehr schön. Aber auch da, ja, kannst du in dem Fall nur abwarten. Dann bricht er jetzt dieses High noch, zieht er erstmal Bullish weiter. Oder leitet er im Vorfeld die Korrektur ein. Matic ist tatsächlich auf sehr gutem Weg, das perfekt wie aus dem Lehrbuch zu machen. Also hier wirklich da perfekt die Short-Positionen zu eröffnen. Dass er genau hier, genau wieder Bullish reagiert. Für eine Long-Position hochkommt. Neues Korrektur-Level anbietet. Daraus wieder Bullish reagiert. Achso, das ist auch, das ist ein Traum von Trading-System und auch von Chart-Matic. Also es kann nicht geiler, es gibt keinen geileren Chart als Matic aktuell. Es kann nicht geiler laufen für das Trading-System. Und ja, Bericht scheint hier auch tatsächlich dieses High hier erstmal brechen zu wollen. Das wäre natürlich ein absoluter Traum. Und dann kann er gerne noch ein Stückchen durchziehen. Also es wäre schön, wenn er das hier deutlich bricht. Mal bis gut so 1,50 und dann eine weitere Bullen-Korrektur einleitet. Das wäre so mein Traum für Matic. Quant, der Schlingel-Lingel, der hat auch nicht so Bock wieder runter zu kommen. War zwischenzeitlich wieder auf 160 Dollar. Meine letzten drei Käufe habe ich, denke ich, relativ perfekt hier abgepasst. Also von daher, ja, beschweren kann ich mich da nicht. Natürlich hätte ich noch gerne mehr QNT-Token. Aber da habe ich mich auch gut mit eingedeckt. Und von daher, das ist schon in Ordnung, so was er macht. Denke ich auch nicht. Da hier immer viele Fragen, kommt er nochmal unter 100 Dollar? Aber ich wüsste ehrlich gesagt nicht, warum, wenn uns hier nichts um die Ohren fliegt oder die größten Wahler auf einmal sagen, ja, wir shorten den, wir brauchen den nicht mehr und packen das irgendwie ein anderes Asset. Und das wage ich sehr, sehr stark zu bezweifeln. Also für mich gibt es absolut keinen Grund, warum Quant hier nochmal auf 100 Dollar runterkommen soll. Noch hat er natürlich die Bullen-Korrektur erstmal zwar rausreagiert, aber noch nicht bestätigt, indem er das High hier bricht. Da fehlt natürlich auch noch ein ganzes Stückchen. Müssen wir in dem Sinne auch beobachten. Liegt daher auf der Watchlist. VeChain hat auch definitiv hier den Boden gefunden, meiner Meinung nach. Sofern uns natürlich kein weiterer Skandal um die Ohren fliegt, wie bei allen Coins das der Fall ist. Auch hier liegt tatsächlich jetzt der vorletzte Kauf. Also ich habe ja hier nochmal nachgelegt gehabt und hier, den hatte ich mir ja noch markiert. Also selbst der ist jetzt im Plus oder zumindest wieder Breakeven. Das ist auf jeden Fall schon mal schön. Es ist absolut nichts Schlimmes dabei, wenn man zwischenzeitlich im Drawdown liegt. Es ist relativ selten, dass man den perfekten Punkt trifft. Von daher kann bei VeChain gerne so weiterziehen. Selbe Szenario über vielen anderen. Wird jetzt interessant, ob der hier die vorherigen Highs bricht oder ob er vorher korrigiert. Könnte sein, dass er es in dem Sinne hier so einleitet. Muss man dann eben beobachten. Veracity, ja, der will irgendwie nicht so ganz das machen, was ich gerne hätte. Nämlich, dass er hier runterkommt, was er erst zwischenzeitlich ganz gut gemacht hat. Dass er dann hier in diesen Bereich kommt und von da an dann Bullish weiterzieht. Also das wäre in dem Fall für Veracity so ein Bereich, wo ich definitiv nochmal nachkaufen werde. Weil bei Veracity ist aktuell irgendwas im Busch. Sicherlich auch irgendwie mit einem Binance-Listing. Ob das jetzt von heute auf morgen um die Ecke kommt. Aber ich denke auf jeden Fall dieses Jahr wird es kommen. Also die Binance-Wallets selbst, habe ich in vorherigen Videos ja schon gezeigt. Hat sich 1,6% des Marktes gesichert. CZ folgt Veracity auf einmal auf Binance. Binance kündigt an, dass ein neues Listing vor der Tür steht. CEO von Veracity kündigt an, dass ein gewisses Wachstum wichtig für neue Listings ist. Mit einem Zwinker-Smiley. Also irgendwas ist da auf jeden Fall im Busch. Das ist Fakt. Von daher, ja, ich würde in dem Fall, sofern er nochmal runterkommt, tatsächlich Veracity erstmal bevorzugen zu kaufen. Weil das wäre für mich so ein mögliches Szenario, was ein Binance-Listing dann zur Folge haben könnte. Dass er vielleicht vorher nochmal korrigiert. Hier nochmal final die Käufer abholt und dann mit startet dann da auch tatsächlich die Rakete. Denn das ist ein absolutes Small-Cap-Gem und ja, mit einem Binance-Listing alleine. Das kann definitiv für viel Wachstum, für viel Volumen in dem Sinne auch sorgen. Also ja, keine Anlageberatung, aber ich decke mich mit Veracity auf jeden Fall ein. Generell natürlich zum Thema Kauf nochmal gesagt. Auch das hier ist kein schlechter Einstiegspreis. Ich denke, während Veracity drin ist, hat auch schon höher gekauft. Ich selber habe auch höher gekauft. Mein teuerster Kauf war bei 2 Cent. In dem Sinne, also das ist kein schlechter Einstiegspreis hier, wenn da wirklich insbesondere dann Binance-Listing dann unmittelbar vor der Tür steht. Aber aus Trade-technischer Sicht, und da habe ich nochmal ein festes Regelwerk, wäre das hier der für mich definierte Einstiegsbereich. Gut, ja, XTC, aktuell noch völlig uninteressant, was der hier macht. Muss ich dann halt mal beweisen, dass er diese beiden Highs hier brechen kann, ansonsten ist auch das eher Gornix. XLM sieht ähnlich aus von der Struktur her wie ADA und Algorand. Also muss man in dem Sinne auch abwarten, zieht er durch, bricht er die Highs oder macht er da im Vorfeld schon die Korrektur, dass er mal ein bisschen Struktur aufbaut. Nichts Nennenswertes für mich, weder zum Investieren noch zum Traden. XRP, er scheint da erstmal wieder rauszukommen hier aus den Tiefs, was schon mal nicht verkehrt ist. Aber ich denke auch hier, dass ohne weitere bullische News in Bezug auf die Klage oder generell, dass hier Richtung Bullrun tatsächlich wieder richtig was losgeht, dass erstmal noch nicht möglich sein wird, dass er hier das vorherige High von 54 Cent bricht. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass der hier so in der Range dann noch so ein bisschen irgendwie verweilt, mit ein paar Highs, mit ein paar Lows da irgendwie zwischendrin. Und ja, dann war es das in dem Sinne auch wieder mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Ihr lasst wie immer ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. Ciao.